Ja! Hey, wie war's mit Feierling? Hier ist es mit Feierling! Ja, es ist schon jetzt so und so viel Keine und lange Jahre und ich würde mich herzlich bedanken und feiere mich das 39. Jubiläumsjahr, nächstes Jahr 40 werden es wieder her! Und ich hoffe, wir haben da noch einen Bock zu kommen. Wird es auf jedem Festival sein, in meiner alten Heimatstadt Düsseldorf, wo alles angefangen hat. Ja, unglaublich und es ist ja ungefähr ein Jahr noch, 8. und 2. Oktober, den Satz dann wieder mitzuwischen Elektrikhalle. Also, wenn ihr Bock habt zu kommen, ganz viele Kästchen, ganz viele Wegenkleider werden da sein. Wir haben viel Überraschung und so viel wie wir das immer gemacht haben bei der Cameo. Ja, aber natürlich werden wir nicht mehr dabei. Er war auch von 20-Jährigen Sex und alles, aber die kommen sicher. Also, egal, ich danke euch herzlich für eine tolle Bewertung, tollen Jahre, unglaublich bis heute mit der Nähe der am wichtigsten im nächsten Jahr zu sein, das ist der Schlürger und Kleinge zu sein, das ist der Schlürger. Und das heißt, heute mit der Stimme von Wegereiseer Fist, wegereiseer Fist in die Ere! Heißt, was, 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 Das sind die Stimme, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020